Die deutsche Regierung will bei den Tests und Quarantäne-Vorschriften für Reiserückkehrer ein mehrstufiges System einführen. Länder und Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sollten als Hochrisikogebiet eingestuft werden, sagt der Tourismusbeauftragte der Regierung Thomas Bareiß am Montag. Hier wird ergänzend zur Quarantäne eine Testpflicht bei Rückkehr eingeführt. Eine weitere Stufe sei für Regionen vorgesehen, in denen gefährliche Virusmutationen grassieren. Hier sollen, geht es nach Bareiß, zusätzlich Ausnahmeregeln für Einreisende stark reduziert werden. Bisher wird ein Land als Risikogebiet eingestuft, wenn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den Wert von 50 übersteigt. Diese erste Stufe bleibt vorerst bestehen. Vorgeschrieben ist für diese Fälle eine Quarantäne. Ein Test muss nicht gemacht werden, kann aber die Quarantäne verkürzen. Die neuen Mustervorschriften für Einreisende, die letztlich von den Ländern umgesetzt werden müssen, könnte möglicherweise schon bald vom Bundeskabinett beschlossen werden. Die neuen手alSitzende 8. 9. 9. 9.